ESA Aerospace sichert sich frisches Kapital und wird erstes deutsches New Space einhorn. Feststoffbooster für NASA-SLS versagt bei Test. Axiom 4 endlich heil im Orbit. Nach Starship-Explosion bei Masseys. Mexiko erhebt Vorwürfe gegen SpaceX wegen Trümmern. James Webb entdeckt seinen ersten Exoplaneten, den kleinsten bisher überhaupt. Erfolg mit Delle. Europas Rückkehrkapsel Mission Possible nach erfolgreichem Wiedereintritt verschollen. Amazon zimmelt Köper-Offensive, nächster Start dann mit SpaceX und iSpace erklärt Mondcrash mit fehlerhaften Höhensensoren. All das und was dahinter steckt, das nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Wenn dich Raumfahrt fasziniert und das nicht verpassen möchtest, jetzt Senkrechtstarter abonnieren. Herzlich Willkommen, Senkrechtstarter, dein Raumfahrt-Update auf Deutsch. Ich sag's schon gar nicht mehr, wenn's eine weitere Woche ohne europäische Starts war. Gute Nachrichten für alle Fans des deutschen New Space. ESA Aerospace hat sich frisches Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro gesichert. Und das nicht etwa durch eine klassische Finanzierungsrunde, sondern via Wandelanleihe mit Eldridge Industries aus Miami. Die Anleihe, die kann dann später in Unternehmensanteile umgewandelt werden. Daher der Name dann Wandelanleihe. ESA-CEO Daniel Metzler sieht darin ein starkes Signal globalen Vertrauens in den Aufbau eines europäischen Space Champions. Mit nun über 550 Millionen Euro Gesamtfinanzierung dürfte der Firmwert von ESA über einer Milliarde Euro liegen. Damit wäre ESA Aerospace ein sogenanntes Einhorn. Im März scheitert ja der erste Testflug der Spektrum-Rakete nur wenige Sekunden nach dem Abheben vom norwegischen Andoya Spaceport. Aufstehen, Krönchen riechen, weiter ballern, genau das macht ESA. Die Produktion der zweiten und dritten Spektrum-Rakete, die läuft. Die Folgen der Explosion bei SpaceX von Chip 36, die haben das Testgelände bei Masseys schwer getroffen und werfen nun zentrale Fragen für das weitere Vorgehen von SpaceX auf. Diese Woche Dienstag dann der nächste Vorfall. Ein mobiler Kran auf dem Gelände stürzte um. Noch gibt es keine offiziellen Angaben, ob Personen zu Schaden kamen. In den Stunden nach dem Umsturz wurden, soweit mir bekannt, keine Rettungskräfte auf dem Weg zum Testgelände gesichtet, was vermuten lässt, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Auf dem Testgelände selbst da waren nach der Explosion von Chip 36 bereits deutliche Schäden zu erkennen. Hier geht ein großer Shoutout an Whataboutit für die Bilder aus der Vogelperspektive. Ein Tweet sorgt für diplomatische Unruhe. Die mexikanische Präsidentin Claudia Schienbaum, die erklärte Starship-Tests von SpaceX, die hätten mexikanisches Gebiet mit Trümmerteilen belastet. SpaceX reagierte ungewöhnlich brüsk, man bestreite jede Gefährdung der Umgebung. Früher unabhängige Untersuchungen der verbauten Materialien hätten keine chemische, biologische oder toxische Risiken festgestellt. Zudem sei bei jedem Test eine Sicherheitszone definiert worden und auch eingehalten worden. Die eigentlichen Probleme sieht SpaceX anderswo. Die Versuche, die Trümmerteile auf mexikanischem Boden zu bergen, die seien massiv behindert worden. Die Trümmer seien und blieben Eigentum von SpaceX. Man habe sich an lokale wie auch föderale Stellen in Mexiko gewandt, Hilfe bei der Bergung angeboten, eigene Ressourcen zur Verfügung gestellt und zudem eine offizielle Bestätigung des Bergungsrechts gefordert. Jetzt hofft man auf eine zügige Zusammenarbeit mit den Behörden. Tja, wie geht es weiter im Starship-Programm? Aus meiner Sicht steht nun eine strategisch entscheidende Frage im Raum. Repariert SpaceX das beschädigte Testgelände und setzt die Arbeit mit Block-2-Schiffen fort? Oder nutzt man die unfreiwillige Pause für den Technologiesprung zu Block-3? Was denkst denn du? Wie geht es im Starship-Programm weiter? Schreibt mir und den anderen noch gerne unter dem Video. Die Hardware der neuen Generation 3, die befindet sich zwar bereits in Entwicklung, doch der Reifegrad vieler Komponenten, der ist unklar. Insbesondere das neue Raptor-3-Triebwerk müsste vollständig getestet und flugbereit sein. Auch der zweite Startturm, der als Schlüssel für Block-3-Missionen gilt, der muss erst noch in Betrieb genommen werden. Den zweiten Turm gab es noch nicht mal im Ansatz, als wir letztes Jahr vor Ort waren. Damals wurden dort, wo nun imposant der Start- und Fangturm von Pet B in den Himmel ragt, noch Cryo-Tests der Oberstufen durchgeführt. Für mich unfassbar, wie viel sich in einem Jahr in der Starbase verändert hat. Bevor wir uns die Starts der vergangenen Woche ansehen, hier eine Korrektur zur letzten Woche. Ich hatte in meiner Berichterstattung über die Annäherung zweier chinesischer Satelliten fälschlicherweise gesagt, dass die Firma S2A Systems amerikanisch sei. Die Firma S2A Systems ist ein Schweizer Unternehmen und entwickelt Systeme zur Weltraumüberwachung. S2A Systems bietet laut eigenen Angaben staatlichen Einrichtungen, zivilen Unternehmen sowie Hochschulen einen kosteneffizienten Zugang zu präzisen Weltraumdaten. Den Fehler bitte ich zu entschuldigen, dank an S2A Systems für den Hinweis. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, 23. Juni, da startete SpaceX vom SC40 in Cape Canaveral, eine Falcon 9 mit Starlings. Ebenfalls am 23. Juni, ebenfalls Cape Canaveral, ebenfalls Internetsatelliten, aber eine Startrappe weiter und ULA, eine Atlas 551 vom Startkomplex 41, Kuiper-Satelliten. Mit dem erfolgreichen Start von 27 Kuiper-Satelliten auf eine Atlas 5-Rakete zeigt Amazon, dass es mit seinen Starlink-Konkurrenzplänen endlich losgeht. Es ist die zweite Kuiper-Mission binnen zweier Monate. Insgesamt befinden sich nun 54 operative Satelliten im Orbit. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer Megakonstellation von 3.232 Satelliten. Amazon hat sich Starts bei vier Anbietern gesichert, darunter Blue Origin, der Raumfahrtfirma des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Während SpaceX mit hoher Kadenz Starlink-Satelliten startet, hängt bei Kuiper vieles an der jungen Vulkan-Rakete von ULA. Diese soll ab Sommer deutlich häufiger fliegen. Eine der nächsten Kuiper-Missionen, die wird aber kurioserweise von SpaceX durchgeführt. Trotz Konkurrenz setzt Amazon auf Musk und Zeichen dafür, wie sehr die Zeit drängt. Ein weiterer Startanbieter für Amazon Kuiper ist Ariane Space. Bis 18 Ariane 6.4-Flüge für Kuiper-Satelliten sind gebucht. Ariane Space strebt beim neuen europäischen Träger Ariane 6 langfristig zehn Starts pro Jahr an. Doppelt so viele wie bei der Ariane 5. Doch der frischgebackene Ariane Space-CEO David Cavalier-Lieu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der hat diese Ambitionen auf der Paris Airshow relativiert. Der Hochlauf, der sei ein tiefgreifender industrieller Wandel und werde Jahre dauern. Für 2025 plant Ariane Space vier weitere Missionen, darunter erstmals die stärkere Ariane 6.4 mit vier Boostern. Einen festen Zeitplan für das Erreichen der vollen Taktung, den gibt es noch nicht. Man wolle Schritt für Schritt vorangehen. Für Amazon Kuiper auch nicht ganz unwichtig, dass 16 der 18 gebuchten Ariane 6 Starts mit den stärkeren Feststoffboostern P160 erfolgen sollen. Die sind ja bisher noch gar nicht geflogen. Auch am Montag, 23. Juni, hat SpaceX mit einer Falcon 9 vom kalifornischen Vandenberg die Rideshare Transporter 14 Mission gestartet. Mit dabei sehr prominent positioniert, nämlich ganz oben in der Nutzlastverkleidung, die Kapsel der Exploration Company. Die deutsch-französische Exploration Company, die musste aber bei ihrem Wiedereintrittstest Mission Possible einen Rückschlag einstecken. Zwar verlief der Start am 23. Juni planmäßig und die 1,6 Tonnen schwere Kapsel konnte sich nach der Trennung vom Träger stabilisieren und ihre Kundennutzlasten aktivieren. Doch nach dem Wiedereintritt, kurz vor der geplanten Wasserung im Pazifik, brach die Kommunikation ab. Trotz der Enttäuschung, denn die Kapsel sollte ja eigentlich geborgen werden, spricht Viktor Mayer von einem Teilerfolg. Reentry und Wiederherstellung des Signals nach dem Blackout zeigen, dass zentrale Systeme funktioniert haben. An Bord waren 300 Kilogramm Nutzlast, darunter pharmazeutische und kosmetische Experimente und Alkohol. Grund für den Verlust der Kommunikation ist noch nicht bekannt oder mir noch nicht bekannt. Bislang analysiert die Exploration Company die Daten. Die Erkenntnisse sollen dann in die geplante Nix Cargo Demonstration Mission zur ISS einfließen. Apropos Wiedereintritt, finde ich ja ganz spannend. Das US-Startup Lux Eterna hat jetzt erstmals öffentlich seine Pläne vorgestellt, Satelliten nach dem Wiedereintritt auch wieder zu verwenden. Der 200 Kilogramm schwere Demonstrator Delphi, der soll 2027 nach seinem ersten Einsatz atmosphärisch wieder eintreten, sicher per Fallschirm an Land landen und anschließend mit neuer Nutzlast erneut starten. Statt den Hitzeschild nachträglich zu verbauen, bildet er die tragende Struktur des Satelliten. Die Wiederverwendbarkeit, die sollen nicht nur Kosten senken, sondern auch neue Missionstypen ermöglichen, etwa kurzzeitige Technologiedemonstrationen oder schnelle taktische Einsätze. Wiedereintritt und Sacht der Landung am Fallschirm wünschen wir natürlich auch Axiom 4. Die vierte private Axiom-Mission ist in der Nacht auf Mittwoch vom Kennedy Space Center mit der SpaceX Crew Dragon 2 SS gestartet. An Bord sind neben der erfahrenen US-Astronautin Peggy Whitson, war ja früher NASA-Astronautin und jetzt Chef-Astronautin bei Axiom, gleich drei Raumfahrer, die jeweils die erste ISS-Präsenz ihrer Heimatländer Polen, Ungarn und Indien markieren. Mit dabei für Polen ESA-Projekt-Astronaut Slavosz Ozniewski-Wiesniewski. Das SpaceX-Raumfahrzeug, die nagelneue Crew Dragon-Kapsel Grace, absolvierte erfolgreich ihren Premierenflug. Ursprünglich für das Frühjahr geplant, wurde die Mission ja mehrfach verschoben. Die Dragon-Kapsel Endurance, eigentlich für Axiom 4 vorgesehen, wurde zugunsten der Crew-10-Mission der NASA vorgezogen, da die dafür bestimmte neue Kapsel nicht rechtzeitig fertig wurde. Die Axiom 4-Crew, die musste warten, doch auch der erste Startanlauf, der platzte, SpaceX entdeckte einen Leck im Flüssigsauerstoffsystem des Boosters. Kurz darauf stoppte die NASA selbst den Start. Der Grund ein mysteriöser Druckabfall auf der ISS. Ebenso der Start, der schien unter keinem guten Stern zu stehen. Mit einem dramatischen Moment kurz vor dem Start, ein technisches Problem mit dem Flugabbruchsystem drohte den Countdown zu stoppen. Doch es konnte in letzter Minute gelöst werden, das Problem. Die Axiom 4-Besatzung, die hat die ISS mittlerweile sichtlich zufrieden erreicht. Die Mission, die ist auf 14 Tage angesetzt und umfasst 60 Experimente aus über 30 Ländern. Auch am Mittwoch folgte von Cape Canaveral eine weitere Folkenein mit Starlings. Am Donnerstag, 26. Juni, da zündete Rocket Lab eine Elektron-Rakete von der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Die Mission trug den Titel Get the Hawk Outer hier. An Bord waren vier Funk-Analyse-Satelliten für die US-Firma Hawkeye 360. Am Samstag, 28. Juni, da startete SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Starlings. Auch am Samstag folgte eine weitere Elektron-Mission von Rock Lab mit dem Titel Symphony in the Stars. Die kommerzielle Nutzer ist dies geheim. Ebenfalls angesetzt für den Samstag ist der Start einer japanischen Heart 2A von Tanigashima. An Bord ist der Satellit GOSAT GW zur Umweltbeobachtung. Den Wochenabschluss dürfte dann am späten Samstagabend eine weitere Starling-Mission von Venberg machen. Lust auf inspirierende Nachrichten aus dem All? Erstmals hat das James-Webb-Weltraumteleskop nicht nur einen bekannten Exoplaneten untersucht, sondern selbst einen neuen Planeten entdeckt. TWA 7b ist ein junger Gasplanet im Sternensystem CE Antille, rund 111 Lichtjahre von uns entfernt. Der Planet bringt es auf gerade mal 0,3 Jupiter-Massen. Damit ist er zehnmal leichter als alle bisher direkt abgebildeten Exoplaneten. Die Entdeckung gelang mit Hilfe des MIRI-Instruments und eines eingebauten Chronographen, der das Licht des Muttersterns ausblendet. Die Entdeckung des Planeten gelang, weil der Stern CE Antille über Staubringe verfügt. In einem dieser Ringe entdeckte das Web-Team eine auffällige Lücke. Simulationen zeigten, nur ein Planet kann das Muster erzeugt haben. Web eröffnet damit ein neues Kapitel auf der Jagd auf junge kleine Exoplaneten. Und wer weiß, vielleicht schickt die Menschheit ja einmal Sonden zu den aussichtreichsten Kandidaten für die Existenz von Leben. Ein Generationenprojekt, klar, bei 111 Lichtjahren ist ja kein Pappenspiel. Aber wenn wir es nicht angehen, da hätten wir auch in der Höhle sitzen bleiben können. Vom Blick zu Planeten bei fernen Sternen hin zum Blick aus dem All auf unseren Planeten. Der neue ESA-Satellit Biomass hat nur wenige Wochen nach dem Start mit einer WGC erste spektakuläre Radaraufnahmen geliefert. Ausgestattet mit einem speziellen P-Bandradar kann das System nicht nur die Baumkronen durchdringen, sondern liefert auch Daten zur Waldstruktur und Kohlenstoffspeicherung. Nach seiner vollständigen Inbetriebnahme könnte Biomass unser Verständnis globaler Kohlenstoffströme revolutionieren. Mit der Präsentation der ersten Bilder des Vera C. Rubin Observatory wollten Astronomen eigentlich feiern. Über 10 Millionen Galaxien und mehr als 2000 neu entdeckte Asteroiden aufgenommen in nur 10 Stunden Testbetrieb. Ja, die Leistungsfähigkeit des 8,4 Meter Teleskops kommt maßgeblich durch seine weltweit einmalige 3,2 Gigapixel Kamera. Das Teleskop in Chile, das soll in einem 10-Jahres-Programm regelmäßig den gesamten Nachthimmel scannen. Doch die Freude, die wird getrübt. Der Hauptgeldgeber, die NASA, die steht ja vor drastischen Haushaltskürzungen. Rubin bleibt von den schlimmsten Einschnitten zwar verschont, erhält aber auch 20 Prozent weniger Mittel als ursprünglich geplant. Die NASA-Raumsonde Psyche, unterwegs zum namensgebenden Metall-Asteroiden, hat nach einem technischen Zwischenfall wieder ihre elektrischen Triebwerke gezündet. Im April 2025, da fiel der Druck in der primären Xenon-Leitung ab. Die Triebwerke, die schalteten sich vorsichtshalber ab. Doch die Ingenieure vom JPL, die konnten die Mission retten. Seit Ende Mai läuft die Sonde stabil über eine identische Backup-Leitung. Tests zeigten, dass die Ionentriebwerke wieder voll funktionsfähig sind. Die Pause, die hatte keinen Einfluss auf das Ankunftsdatum bei Psyche. Nächster Meilenstein ist dann ein Flyby am Mars im Mai 2026. Die Ankunft am Astro-Ine Psyche ist dann für August 2029 geplant. Schlechter lief es für die NASA bei einem Booster-Test für das SLS. Bei einem eigentlich 2 Minuten 20 geplanten Booster-Feuer-Test kam es nach 1 Minute 50 durch eine Düsenanomalie. Für die stärkste Version des SLS wurde der ursprünglich für das Space Shuttle entwickelte Booster komplett überarbeitet. Eine der wichtigsten Änderungen bei der Konstruktion des neuen Bowl-Boosters besteht darin, dass die Stahlgehäuse durch Gehäuse aus Kohlefaser verstärktem Kunststoff ersetzt werden. Auch die Feststoff-Treibstoff-Mischung wurde geändert. Da das Versagen des neuen Boosters im Düsenbereich auftrat, könnte auch die Änderung im Design der Schubvektorsteuerung das Problem ausgelöst haben. Feststoff-Booster, wenn auch militärisch von Riesenbedeutung, gelten in der Raumfahrt eigentlich als überholt, weil sie vor einem Flug nicht testgefeuert werden können und einmal gezündet nicht mehr abgeschaltet werden können. Gerade bei Flügen mit Crew stellt das die Planung von Rettungsszenarien vor große Herausforderungen. Da die Bowl-Booster erst für SLS-Flüge ab Atmos 9 geplant wären und die Zukunft des SLS ja aktuell am seidenen Faden hängt, ist eine Auswirkung auf den Flugplan von Atmos nur zu erwarten, sollte der Versagensmechanismus auch auf die aktuellen SLS-Booster übertragbar sein. Hier vielleicht auch erwähnenswert, der Booster-Hersteller Northrop Grumman, der hatte Ende letzten Jahres bereits einen In-Flight-Versagen eines ihrer Booster in einer ULA Vulcan zu beklagen. Die japanische Raumfahrtfirma iSpace hat die Ursache für den Fehlschlag ihrer zweiten Mondlandung Resilience gefunden. Ein Laserentfernungsmesser versagte während des Abstiegs am 5. Juni. Anstatt wie vorgesehen ab einer Höhe von drei Kilometern Daten zu liefern, meldete sich das Gerät erst unterhalb von 900 Metern. Zu spät, um rechtzeitig zu bremsen. Bilder des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA zeigten die Abschlussstelle von Resilience keine 400 Meter von der geplanten Landestelle. Der Einschlag des Landers, der hat einen Krater von 16 Meter Durchmessern hinterlassen. Im Gegensatz zur ersten iSpace-Mission, bei der ja ein Softwarefehler zum Absturz führte, war die Steuerung diesmal fehlerfrei. Für zukünftige Missionen will iSpace auf robustere Sensoren setzen. Missionen 3 und 4, die sind weiterhin für 2027 geplant. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche anschauen, möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bei den Senkelstarter-Schutzengeln bedanken. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommst du ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Lass uns doch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Wurde mehrfach verschoben, aber jetzt noch am Sonntag, 29, der 6. Da könnte Blue Origin mit der New Shepard Mission 33 von Texas ausstarten. Es handelt sich um einen suborbitalen Touristenflug über die Grenze des Weltraums. Am Dienstag, 1. Juli, da möchte SpaceX mit einer Falcon 9 Starlings vom Kennedy Space Center starten. Ebenfalls Dienstag könnte eine Falcon 9 mit dem MTG S1 und Sentinel-4A Satelliten starten. Das sind zwei europäische Umweltbeobachtungs-Satelliten. Die sollen dann von Cape Canaveral ins All gehen. Eventuell startet das australische Raketen-Startup Gilmore Space diese Woche seine Aeros-Rakete. Dann wäre es der Erstflug. Ja, und den Wochenabschluss macht voraussichtlich Roskosmos am 3. Juli eine Soyuz-Rakete, die soll einen weiteren Progress-Versorgungsflug zur ISS von Baikonur starten. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast und weitere coole News aus der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, Abo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön dreckig bleiben. Dein Mau.